So, wir sind jetzt im Seepark angekommen im japanischen Garten und es ist ziemlich viel los leider, aber wir schauen trotzdem mal, ob wir ein paar geile Spots finden gleich. Ja, ich denke, die einen oder anderen Spots werden wir auf jeden Fall finden. Wir müssen ein bisschen schauen, vielleicht ein bisschen warten, aber ich denke, hier ist einiges, was wir machen können. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben jetzt hier einen schönen goldenen Oktobertag noch mal gehabt, richtig geile Fotos, ich glaube, du warst das geilste Foto geworden, also auf dem Wasserfall, das ist schon sehr geil mit dem Motiv, mit einem Wasserfall, aber auch hier für Brücke.